Alexa, mach die Kameras aus! Alter, mir ist noch etwas übertrieben Unhöfliches an mir selber aufgefallen. Und zwar habe ich letztens den Hund von einem Obdachlosen entführt, Spaß. Mir ist noch etwas richtig Unhöfliches an mir selber aufgefallen. Das nervt mich voll, weil ich meine es gar nicht böse. Ich glaube es ist wirklich unhöflich, es ist nicht nett. Und zwar immer wenn ich bei mir zuhause Besuche habe, dann haben wir irgendwie einen schönen Abend, eine gute Zeit. Dann wollen die Leute irgendwann gehen, dann bringe ich die zur Tür, verabschiede die, mache die Tür zu und dann schließe ich immer direkt doppelt ab. Und ich meine es gar nicht böse, aber ich glaube nichts schreit lauter verpistet. Als wenn du nach einem schönen Abend einfach direkt ausgesperrt wirst. Zweimal, ja einfach. Ich meine es nicht, ich weiß genau warum ich das mache. So bei mir haben schon zweimal Leute versucht einzubrechen und ich habe eine übertrieben große Wohnung. Ja deswegen haben auch schon zweimal Leute versucht bei mir einzubrechen. Und seitdem will ich einfach, dass immer abgeschlossen ist und ich will keine unnötigen Wege laufen. Ja und dann denke ich mir so, ja was soll ich jetzt machen alter? Soll ich dich verabschieden und dann erstmal ins Wohnzimmer laufen? So eine Minute stehen wie so ein Triebtäter. So ja, jetzt kann ich. Ne, zwei fliegen mit einer Klappe. Wenn ich einer Typ bin, schließe ich ab. Aber für die Leute muss es wirklich komisch sein. So ja, ja gerne wieder. Schöner Abend. Hat echt Spaß gemacht. Ratsch, 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 ratsch. Ratsch, 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 ratsch. Ich habe dann auch so ein Riegelschloss nachrüsten lassen. Das muss man so richtig aus der Hüfte zu. Wie so ein Schließer an so einem russischen Knast, alter im Gulag. So, ja ich gehe ja schon. Ich dachte wir hatten gerade einen Moment hier miteinander. Stell dir mal vor, du hast dann was vergessen. Stell dir mal, ich kauf mir ein neues Ladekabel. Scheiß drauf. Ich wollte eh unbedingt ein neues Ladekabel haben. Ich schließe ab. Die komische Kehrseite von der Medaille ist übrigens, ich schließe nicht nur ab, wenn ich Leute bei mir zuhause verabschiede, sondern ich mache das auch, wenn ich mit Leuten bei mir zuhause ankomme. Und ich glaube das ist noch komischer, wenn du das erste Mal bei jemandem zuhause ankommst. So, ey, ich fühle dich wie zuhause. Ratsch, 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 ratsch. So ein Besuch bei mir fühlt sich an wie ein Escape Room. Aber es gibt keine Tipps. Es gibt keine Tipps. Schuhe kannst du ausziehen, brauchst du eh nicht mehr. Alexa, mach die Kameras aus. Das war's. 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 Vielen Dank.